Verdammt! Schleichen Sie sich ja nicht nochmal so an. Was wollen Sie? Ja, vielleicht. Aber nicht so jemanden wie Sie. Vielleicht sind Sie ja genau das, worauf ich hätte warten sollen. Was suchen Sie hier? Naja, wenn Sie jemanden in Legionsrot sehen oder mit einem Haufen Sportausrüstung, lassen Sie mich es einfach wissen. Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet. Ich glaube, Sie sollten besser gehen. Die Mühe können Sie sich sparen. Warten Sie. Sie sind gerade erst angekommen. Sie sollten vielleicht nicht gehen. Noch nicht. Ich brauche jemanden, dem ich trauen kann. Sie sind nicht von hier. Schon mal ein Anfang. Ich will, dass Sie was rausfinden für mich. Die Frau ist tot. Ich will den Hurensohn, der sie verkauft hat. Bringen Sie die Person draußen vor das Nest, während ich Wache habe. Ich habe die Nachtschicht. Ich gebe Ihnen mein R.N.K. Barrett. Setzen Sie es auf, als Zeichen, dass Sie neben der richtigen Person stehen. Um den Rest kümmere ich mich. Das muss ich alleine machen. Gut. Sie werden es nicht bereuen. Ach, noch was. Wir sollten nicht mehr miteinander reden, bis die Sache gelaufen ist. Niemand in der Stadt weiß, was mit meiner Frau passiert ist. Ist auch besser so. Sonst ist die Legion als nächstes hinter mir her. Ich weiß es einfach, klar. Und alles Weitere geht Sie nichts an. Jep. 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 Hallo. Ist alles in Ordnung? Für Überraschungsbesuche ist es schon ziemlich spät. Gut, wenn Sie meinen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das wollen sie nicht wirklich Ja Alleine kriegt man viel weniger auf die Reihe Hab's erlebt Und mein Lehrgeld bezahlt Aber das nimmt kein gutes Ende Na schön Verschwinden wir Soll mir recht sein. 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 Schau!